Hallo Leone, hallo Lions, hallo Löwen-Fans! Ich finde es ein sehr aggressiver Spieler und ich habe diese Mentalität immer zu gewinnen. Das ist, glaube ich, für einen Abwehrspieler das Wichtigste. Sie müssen Erfahrung haben und immer alles kontrollieren von hinten. Das Coaching ist sehr wichtig. Wir sehen alles von hinten. Das ist, was ein Abwehr braucht. Leidenschaft und viel Kommunikation auf dem Platz. Wenn ich ein Kind war, habe ich immer da gespielt in Uruguay. Mein Wunsch war immer hier in Europa zu spielen. Ich möchte immer gewinnen. Ich habe das gelernt in meinem Land. Ich möchte immer gewinnen und das probiere ich jeden Tag hier an den Spielern zu zeigen. Und das zu sehen, dass wir in dieser Situation mehr kämpfen müssen. Wir müssen positiv bleiben. Ich weiß, es ist nicht einfach für alle, für Vereine, für Fans, für Spieler auch nicht. Zusammenhalt ist das, was wir jetzt in diesem Moment brauchen. Hallo Löwen-Fans! Vielen Dank für eure Unterstützung. Zusammen schaffen wir das!